Bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder eine wunderschöne Deathrun-Map und zwar ist es die 350 Plus Level Default Deathrun-Map. So, kennt du mal sie noch nicht. 150 Bonus Level, okay. 50 neue Level Launch August 20. Okay, die Map ist schon etwas älter, tatsächlich. Äh, grabbla bla bla bla. Also, wenn ich jetzt ein Level nicht packe und zwei, dreimal sterbe, kriege ich jetzt einen Grabbla, um das zu machen, oder wie? Wäre natürlich nice. So eine Map hatten wir, glaube ich, auch schon einmal, wo es einen Grabbla gab. Wenn man dreimal oder zweimal gestorben ist. Doch, so eine Map hatten wir tatsächlich schon einmal. XP soll es auch wieder geben. Ähm, lassen wir uns tatsächlich überraschen, wie viel XP, wie schwer die Map ist. Eingeschubt ist auf einfach. Da wollen wir mal sehen, wie viel XP es gibt. Und, ja. Map Code, wie immer, in der Videobeschreibung. So, komplett alle 350 Level, komplett 350 Level, 5x, blablabla, blablabla. Unlock all achievements, okay. Bonus Level. So eine hatten wir doch schon einmal. Oder täusche ich mich da jetzt? Da muss ich doch mal ganz kurz. Ähm. Ähm, wie ist die 350, irgendwas. Hm. Egal, wir starten rein. Auch wenn es ganz kurz geflaggert hat, es war, weil ich rausgetappt habe. Denn ich wollte mal gucken, ob ich, ähm, mein YouTube-Ordner, da wo ich die Maps aufhebe, noch drinne habe. Aber da steht diese Map tatsächlich nicht drinne. Äh, so, 7 EP, 350 Level und 7.004, 2.100 Level, wenn man es, äh, completet. Ja. Ich hoffe, hier gibt es auch noch Bonus-XP. Okay, ja, ich sehe es gerade. Für 20 Minuten Spielzeit gibt es, äh, XP. Cool. Und es gibt Easter Eggs. Wir haben einen Schuh gefunden. Doch so eine ähnliche Map hatten wir schon mal. Aber nicht eins zu eins diese gleiche Map. Das weiß ich. Bei dem Map, die wir hatten, die hatten, die hatte unter 350 Level auf jeden Fall. Aber egal. Wir spielen sie trotzdem. Bis jetzt sind die Level recht easy, tatsächlich. Muss ich sagen. Aber wirklich easy. Das ist eine richtig schöne Anfänger-Map. Kann man eigentlich sprinten? Ja, man kann auch sprinten. Schön. So, natürlich nicht vergessen, diese, ähm, Easter Eggs, die goldenen Schuhe, zu finden. Bei 350 Level müssten hier tatsächlich ein paar zu finden sein. Schade, dass es nicht angezeigt wird, wie viel. Das ist schade. Aber es gab gerade wieder 200 extra XP, weil wir irgendwie die Farbe gewechselt haben. Okay. Nice. Okay, ist bis jetzt wirklich recht schittig und easy, Map. Einfach nur durchrennen. Ah, okay. Für jeweils immer 10 Level gibt es dann nochmal Bonus-XP. Cool. Das ist auf jeden Fall nice. So. 50 Level completed und nochmal 1000 EP. Chittig. Ähm, okay. Auch noch mehr Sliden. Warum? Ja, so nicht. Okay. Boah, das ist fies, wenn man... Oh, wartet, Leute, da leuchtet was. Handschuh. Äh, Handschuh? Hier. Ähm, 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 goldene Stiefel. So. Boah. Boah, das ist live in hier, no? Boah. Alter, was war das denn gerade? Goldner Schuh Das ist ein bisschen gemein Das ist ein bisschen gemein Alles schön mitnehmen hier Das ist aber knapp So, Grappler ist weg Was gibt es jetzt hier als Bonussache? War nix Ja, die XP hier, die sind beachtlich Und die Level sind bis jetzt auch sehr, sehr einfach Tatsächlich Und wir haben ein Level ab Yeah Ich hab's geschafft Und das haben wir auch geschafft Das auch Und das auch Das auch Das auch Das auch Wie langsam bewegt sich das Ding, bitteschön Ich hab's geschafft Windkanäle Schon lange kein Schuh mehr gefunden Da ist wieder einer Nice, nice Hey, da wäre ich fast vorbei gesprungen Wow Wow Okay Okay Kein Schuhchen, schade Was war das denn? Oh nein, das mag ich überhaupt nicht Ich hab's geschafft So, Checkpoint genommen So, Checkpoint genommen Oh nein Oh nein War das knapp Oh nein Oh nein Oh nein Ui war das knapp Der Gleiter ist Nicht gerade dafür gedacht Kann das sein? So Okay Söchen Hier müssen wir wieder klettern, okay Wow, das war knapp Das war echt knapp Laut Anzeige Der Map dort oben sind wir gerade 11 Minuten am Spielen Und das bei 350 Leveln Ist eigentlich recht gut Ich hab bestimmt den einen oder anderen goldenen Schuh ausgelassen Aber gut, man kann ja nicht alles haben Scheiße, ich hab den Checkpoint ausgelassen Mann Mann Den wollte ich mitnehmen Oh nein Ich seh's schon Die von oben mag ich überhaupt Nicht die fallen Die sind mir immer noch zuwider Da gab's wieder ein Schuhchen Oh, ein Ninja Okay, kein Fall Ähm Oh nein Hier Okay So nicht Nix Auch nicht Okay Aber dort Mach mal das halt so, würde ich sagen Oh, ich hab das Zick-Zack-Zeug Na da Ähm Nein, so nicht Wir können auch ein bisschen tricksen Tatsächlich So 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 Okay Ähm Warte mal Was Was ist das denn Achso Hallo Hallo Oh wow Oh, Moment Mein Öhrchen krabbelt Mein taubes Ohr krabbelt Aha So XP Oh ja Und hier unten leuchtet's wieder Söhrchen Bogens weg Was erwartet uns jetzt Was erwartet uns jetzt Okay Okay Bis jetzt sind die Level recht Chillig Muss ich sagen Auch wenn ich leider Gottes Ein Checkpoint ausgelassen hab Was erwartet uns denn den checkpoint hätte ich schon gern auch wenn es nur 7 ep sind aber 7 ep sind 7 ep was war das denn gerade ok da habe ich wieder ein checkpoint ausgelassen ich mag das nicht wenn ich checkpoints auslasse ich mag das guarnet irgendwann kann die autos einsteigen denn hätte ich schon gerne natürlich wenn ich wieder in die doofen falle nein 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 ho ba 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 schwein gehabt macht das auto hier Oh nein Genau das meine ich Ich mag diese einfach nicht So 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 vor allem es gibt wirklich gut xp hier also echt gut gemacht ok aber gefühlt wiederholen sich die level irgendwie sowas hier hat man ja vorhin auch schon aber ich muss dazu sagen ist mir egal es gibt gut xp ausgetrickst wir haben die xp gerade gefilmt und checkpoint weniger ich glaube jetzt war mit jetpack das war ja oder nicht ich habe bestimmt so eine schuhe ausgelassen ja ja Natürlich vorm Checkpoint sterbe ich. Nein, schabe ich nicht, warum auch? Wie auch immer ich das jetzt nicht geschafft habe. Hallo? Hallo? Ja. Ja. Das kennen wir ja auch schon. Oh, da war sogar ein Handschuh, würde ich wieder sagen, ein Hausschuh. Nein, Ike, rüber springen. Nein, sehr schön. So. Oh. Okay. Okay. Okay, hier muss ich wirklich schnell sein, sonst gehen die wieder aus. Das ist ein bisschen fies, wenn man alleine ist. Ach nee, das restartet jetzt in 10 Sekunden erst. Ah. Ich verstehe. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben 300 Level schon geschafft. Alter, ernsthaft? Das kommt im Grunde nicht so vor. Oh. Oh. Oh nein. Alter, mein Kopf war nicht mal in Reichweite der Spikes. Oh Gott, ey, diese Spikes an der Decke, ne. Das ist definitiv nicht meine. Ich habe gerade 100 und ein Level bekommen, für was, äh, XP, für was? Okay. 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 Okay, okay, okay. Knappte Sache. Man wird ja langsam, auf einmal. Hauschuhl gab es hier keinen. Ui, das war knapp. Hauschuhl gefunden. Ah, okay. Nein! Nein! Hä? Alter, wie fies ist das denn? Boah. Ähm. Leute, da verlässt sich einfach mittendrin der Speed-Effekt. Das ist auch geil. Oh, da kommt's. Oh, nein. Oh, ich wusste es, dass ich da wieder sterbe. Wie gesagt, Deckenfeinds sind echt nicht meins. Oh, warte mal, wir haben den Checkpoint ausgelassen. Ja, wir haben die 350 Level completed. Nice. Ähm. Zeig mal her. Ja. 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 Wir sind auf jeden Fall gut dabei, muss ich sagen. Ja. Bonus Level mache ich natürlich nicht. Ihr überlasst ich ganz euch. Map Code gibt es in der Videobeschreibung, wenn ihr diese Map selber einmal spielen wollt. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Vor allem, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Schreibt mir Map Codes in die Kommentare. Vor allem, wenn ihr selber Maps entwickelt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.